Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Hey Leute, eure Claudie. Und zwar habe ich die ganze Zeit mit mir gerungen. Ich wollte unbedingt nochmal zu Dimash's SOS reagieren. Das hatte ich ja schon, das war mein allererstes Video von Dimash. Aber das Video ist so schlecht qualitativ und geschnitten und alles mögliche. Da haben mich einige drum gebeten nochmal darauf zu reagieren. Und ich habe lange mit mir gekämpft, wie gesagt, weil ich schon mal darauf reagiert habe. Und das Lied auch kenne. Es ist einer meiner absoluten Lieblingslieder von Dimash. Aber heute machen wir das mal. Also, hier für euch nochmal. SOS von Dimash Kudaibergen von Singer 2017, glaube ich, war das. Und nicht lange reden. Wir hören jetzt rein. Und los geht's. So ein Hübscher Mann. Oh, das ist so帅. Oh, das ist so帅. Ich glaube, das ist so帅. 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 So, dass so ziemlich. Das ist so帅. Das ist so帅. Das ist so帅. thumbs up, subscribe und bis zum nächsten Mal eure Claudi habt euch lieb, ciao